So Leute, willkommen zurück. Wir machen jetzt einfach mal weiter. So, wir haben jetzt den Strand von den Graunanwurten erobert und ungefähr eine riesige Armee verloren. Wir können keine Tolle kaufen. Wir haben jetzt mal ein paar Spinnlöcher und was haben wir sonst noch? Habe ich eine Höhle? Ne, ich habe keine Höhle. Was wir brauchen, ist ein Strand. Ähm, äh, äh, was, was, was riecht ihr an den Strand? Wir brauchen einen Tunnel. Wir brauchen Geld. Das brauchen wir. So. Warum ist hier keine Anzeige? Ähm. So. Wir haben ja Geld wie sonst was. Ähm, machen wir einen Wanderträger hier, das, das da. So, oh, wir können auch noch Hiesen kaufen, auch noch. Cool. Ähm. So, hier machen wir noch Spinnlöcher, hier holen wir das, da holen wir hier das. So. Hier holen wir das. Hier machen wir das hier, ähm. Das neue Gebäude ist fertig. Abgo jetzt halt nicht kaufen oder so. So, die gehen jetzt mal in dieses Transportschiff rein. Wir haben jetzt Ballerträger. So, die gehen jetzt mal weiter nach vorne. Wir haben mal einen Anträger. Cool. Oh, der Feind. Macht, was euch befolgt. So. Und Nöle. Ihr wisst, was zu tun ist, ich weiß, ich weiß. Oh. Hier gibt es immer Arbeit. So, Kruft haben wir, Dings haben wir. So. Die Beuterrüstung ist bereit. Und dann können wir auch schon angreifen. So. Was brauchen wir? Mal ein paar, dreieinhalb Trollblüten da war. Oder wie viel kosten die? Sagen wir zwei. So. Die Kursaren gehen wir jetzt hier hoch. So. Dann jetzt die hier, äh, die schmieden wir nicht kriegen, aber das da. Es wundert mich, dass sie noch nicht gekommen sind. Weil theoretisch sollten sie jetzt eigentlich hier vorbeirennen, wie die bekloppten. So, die machen das hier ein paar Mal. So. So. Eins, zwei. Die hier einmal Feuerpfeile, wie die bitten darf. Das neue Gebäude ist fertig. Die auch Feuerpfeile. So. Die kann ich schon Helden holen, okay. So, hier kann ich das da machen. Hier holen wir mal drei Orkskrieger. Da ist der Feind, was soll getun? Oh, da kommt die alle. So. Zack. 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 Er ist sofort cool hier, der Orkönig, ey. Gork, Gorkil. Der Orkönig. Sau, Hammer, ey. Zack. All das ist cool, dass auf das Korpion reitet. Zack. Zack. Ey, das ist ziemlich nicht das, der ist ziemlich gut hier, dann muss man doch eh zugeben hier. Ich sage, die man neue Schmiede kriegen. Noch mehr Orkrieger. Ja, mein Schatz, Feuerpfeile. Eins, zwei, drei, vier. Einmal so und solche. Wir machen das mal auf dem Landblatt, bevor wir zum Wasser gehen. So viel sag ich schon mal. So, äh. Banner, da, da, die Schmiede kriegen. Mal sehen, ob das reicht. Das, da, da. Da, da, da. Äh, die Fräuseron dürfte eigentlich auch schon da sein, ja. Aber, da, da, da. So. Die Fräuseron sind da, das Ding. Kann ich nicht entfernen. Schade. Es belegt einfach nur meine Kommandeursplüfte, was jetzt einfach nur grob ist, aber. Die Fräuseron sind doch gut, so. Noch mehr Orkkrieger. Na gut, Bogenschützen wird wohl nix mehr. Habt ihr das gehört? Haben wir das, da, da, da. Kann ich nur genießen oder sowas wohl? Nee, kann ich nicht. Jetzt wird geplündert. So. Hier werden sie überrennen. Arbeitet an eurer Einstellung. So, äh, der, der, der gute baut hier auch nochmal einen Turm hin. Baut hier mal was hin. Ihr wisst, was zu tun ist. Dieses Land wird uns gehören. Die sind Team 1. So, wir speichern es aber nochmal. Da ich jetzt mal angriffüber gehe, wie man so schön sagt auf Deutsch. So. Das dürfte jetzt interessant werden. Ich hab keinerlei Buchschützen. Und, na ja, ich spiel auch schwer. Und, da sind die ein oder anderen Ends, die auch ein Schwerwer. Ich hab Feuer. Und mit Feuerkirch, aber auch so gut meine eigene Einheiten. Das ist für mich nur so voll doof, ist aber auch realistisch. Man seine eigene Leute mit Brandpumpen aufgestanden, wird man schon Kratzer abbekommen. Ist jetzt einfach mal die Vermutung. So, äh, so. Weiter, weiter. Ich lass mir eine schöne Formation aufstellen. Und der Orkönig natürlich an der Spitze. So, ey, das, ey, die leuchten da, nee. Alles so gelb, bis auf der Haufen dahinten, aber. Ich höre. Vorwärts. 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 Wir würden siegen. Hooooooohhh. So. Euer König. Eine schöne Ansprache, weil die. in die Schlacht. Jooooooohhh. Oh mein Gott, und der Orkönig ist langsamer als alle anderen. Reiß, oh mein Gott. Die machen mein Obersoldaten glatt. Das stimmt nicht mit euch. Komm, komm, komm. Mal macht das so kaputt. Die Bäume beschießen nicht. Die Elben verstecken sich in den Bäumen. Das ist ein Hinterhalt. Nee, hätte ich nicht erwartet. Meine Fresse, ey. Die Pferde, die rennen hier einfach durch hier. Bis dann zu fassen. Ey, die rennen da einfach durch. Ja, das wäre es wäre hier alles nur Salat oder so. Sie bombardieren uns auch noch. Mein Gott, wir machen ja alles. Auch das ist immer so ein Ding. Komm schon. Heiß alles wieder. So, die Trollautomar hier. So, dann hat man den einzelnen Bogen schützen. So, und nochmal nach vorne. Juuuuh. Lo, mach doch mal was. Was steht hier alles so blöd rum? Hier, er soll kämpfen und nicht durch die Gegend starren. Das ist sehr ungerecht. So. Ja, wir wollen ihn keine Genade zeigen. Also, sie macht mal wasch. Und sonst, du, pfff. Ey, das wird uns cool. Ey, und die, als allgemeine, ich schlieb das Böse hier. Die sind so viel cooler, als auch Menschen-Elben zu pfff. Pfff, werer gehört. Ich steh'n beiden. So. Es war weg, mit den Ends. Ja, die sind so böse, ey. So, Baumbad fällt. So, nochmal verderbtes Land hier, würde ich mal sagen. Wir wollen ihn auch gar keine Chance geben, oder so. Ähm, 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 wo sind die, okay, dann so. Die machen jetzt mal giftige Klingen. So. Ach, scheiße sind das viele, da hier. Das sind jetzt aber verdammt viele, würde ich sagen. Aber wir finden das fürs Ende reicht. So, perfekt. Das kann, äh, 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 gegen was sind die überhaupt gut? Ähm, halb dort kommt, äh, krass was ich. So, die, die Böschlüsse sollen wir jetzt auch mal bitte schießen, ey. Ey, die jubelt da hier nur rum. So, alter. Die, die Gebäude zerfallen ja, wie es sonst wird. Oh. So. Und die, ja, auch nicht vergessen. So. Was? Oh. Das ist ungesund. Ne, Gönig ist tot. Ne, die schon wieder zurück zum Leben, ne? So. Alter, die, die kämpfen schon, aber... Oh, das ist schon nicht schlecht. So. Schmettertisch. Boom. Ja, halt auf ihn noch ein paar Bürger durch die Gegend. Aufschließen. Wenn sie stehen bleiben, dann, dann fallen sie einfach. Oh. Vorwärts. Auf in den Kampf. Reißt alles ein. Äh, äh, die Dinger zerfallen ja wie sonst was. Das ist zu voll unlogisch. Also nein. Jetzt ist es zu spät. Ja. Total. Ja. Es gibt noch eine Elbe, wir wissen, ne? Sie sollten schon gut. Ja, müssen wir auch machen. So. Aber ich kann nur hier einfach durchrennen. Wo ist das Problem? Aufschließen. Mal gucken. Wenn die verlieren, dann... Ah. Ne, sie können da nicht durchrennen. Also Opfer, wie sich jetzt mal. Ähm. 1, 2, 3, 4. Einmal davon. Einfach Schiff davon. Zwei Mal davon. So, ähm. Lagerungsschiffe da. Lagerungsschiffe da. Und Treffer. Und Wachtturm nicht vergessen. Hier wollen sie ja alle schön foltern. Hehehe. So. Ähm. Dann noch hier den Haufen. Oder besser den Turm hier. So. Solange der nicht zu nah ranfährt, ist das alles okay. Ah. Treffen ist schon so eine Sache, oder? Oh, in der Fresse. Das sind drei Schiffe da und keins davon trifft. Was soll man dazu sagen? Ah, mein Ajo. So. Äh, wie? Jetzt, jetzt voll... Äh, pff. So, ähm. Es sind auch schon welche draußen. So. Lasst eure Bögen singen! So, den Turm hier auch noch mal bitte wehauen. Ähm. Die Feuerschöfe werden wir auch jetzt zurecht nutzen. So. Ähm. Das Ding wird man da. So. Ihr seid Team 1. Die Belagerungsschiffe sind Team 2. Und Feuerschöfe sind alle da. Nehmen wir das auch mal hier was. Also. So, ähm. Kausaren. So. Ähm. Die rasen jetzt mal alle hier drauf zu. Der da rasiert. Hier drauf. So. Die Kausaren kommen da hin. Die da gehen hier hin. So. Damit sie schon mal hier so riesige Teile der Flotte verdichtet. Zack, 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 zack. So. Das ist auch noch. Die Feuerschöfe gehen wir nach. Diese Ballisten werden wir auch mal... Äh, äh, die Belagerungsschiffe. Je nachdem, wie ihr sie nicht wollt. Ähm. So. Die sind jetzt auch kaputt. So. Ähm, die... Ja, ja, die zerlegen das schon alles. Wunderschön. So. Also, im Grunde genommen war das doch... Nee, nicht schlecht, muss man noch sagen. Also, die ist Tatsache, dass sie alle daneben schießen, aber... Gewonnen. So. Dö, 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 dö. Dö, dö. Dö, dö, dö. Dö, dö, dö. Dö, dö. Dö, dö. Dö, dö. Gewonnen. So, jetzt hätte ich die ersten drei Parts. Oh. Die überlebenden Elben haben sich in die Hügel zurückgezogen. Ha. Tja. Oh, sind die coolsten. Und die größten. Nun begleichen die Orks mit den Halblingen im nahen Auenland eine alte Rechnung. Tja. Der Hobbit. Okay, das ist gruselig. Und der sollte echt mal abnehmen. Go, Gil, du musst abnehmen. So kannst du nicht kämpfen. Das geht so nicht. Und entstand. Tada. Ähm, du so, du, 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 okay. So. Ähm, ich speichere noch einfach mal ganz schnell. Und, ich sage jetzt einfach mal. Ähm, was habe ich sonst hier noch? Komm, ich sag mal wieder. Bonboja. Ne, heißt das überhaupt wiedersehen. Ja, bestimmt. Dann sag mir, ne, ich sage, adios. Adios. Adios, amigas. S-s-s-s-s-s-s. Bis dann.